So, das ist jetzt der Übergang vom Blue Marine hier zum Schwesterhotel Aquamarine, was hier dann ist. Hier ist der Ruhe-Pool, den man ja wunderbar nutzen kann, den können beide Hotels benutzen. Allerdings ist hier weder Animation noch sonst irgendetwas, ist einfach ruhig zum Relaxen. Und wenn man hier hinter dem Pool weitergehen würde, würde man dann direkt zum Strand kommen. Ja, und wie gesagt, also man kann alle Sachen vom Aquamarine und vom Blue Marine beides gleichzeitig benutzen, wenn man möchte. Und ja, die Hotels sind wirklich übergangslos nebeneinander gebaut. Wie gesagt, Aquamarine einmal für, ja, Fahre und dann einmal Blue Marine für, ja, Familienverlauf.